Ich möchte Ihnen nun eine kurze Methode, aber eine sehr effektive Technik vorstellen, wie Sie sich in sämtlichen Lebenssituationen, die Sie unrund machen oder ängstlich, gut helfen können. Dazu werden die Fäuste eingesetzt. Hier ist der Dünndarm Meridian an beiden Händen, der direkt in Verbindung mit unserem Unterbewussten steht. Das Unterbewusste in uns ist immer etwa dreieinhalb Jahre alt, kann Realität von Bildern nicht unterscheiden, lebt im Hier und Jetzt und möchte geliebt werden und geachtet. Bitte, wenn Sie diese Methode anwenden, sprechen Sie immer in der Gegenwart und schon über das zu erreichende Ziel. Ich bin gesund. Ich bin frei von Angst. Ich lasse meine Aggressionen los. Ich bin aggressionsfrei. Auch bei den Ängsten vor einem Zahnarzt, vor einem Abflug, kann man heimlich auf der Toilette diese Methode anwenden, so dass uns niemand beobachten kann. Der Flug wird, bitte nicht wird, wird sagen. Das Unterbewusste versteht Zukunft nicht. Der Flug ist bestens. Alles ist gut. Ich bin frei von Angst, frei von Aggressionen. Ich darf gesund, glücklich und erfolgreich sein. Ich schaff das. Das wünsche ich Ihnen allen. Danke herzlichst. Viel Erfolg.